Grüß Gott, liebe Aufrufer bei YouTube hier, eine aktuelle Lichtgeschwindigkeit der Bundesumweltminister Norbert Röttgen, Spitzenkandidat mit schlechtestem Ergebnis aller Zeiten für die CDU in Nordrhein-Westfalen. Norbert Röttgen also ist entlassen worden, beziehungsweise die Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel hat dem Bundespräsidenten die Entlassung mitgeteilt und Nachfolger wird der aus dem inneren Kreis der Bundesregierung Merkel Peter Altmaier, der ein Insider ist, was sehr zu begrüßen ist, ist ein guter Mann. Und Norbert Röttgen, wie ich gestern schon dargestellt habe, ist im Grunde genommen ja nicht nur als Spitzenkandidat für Nordrhein-Westfalen nicht angekommen, sondern er hat als Umweltminister, was Atomausstieg betrifft, Energiewende, im Grunde nichts weiteres getan, als seinen Herren zu dienen, nämlich das Ganze zu verschleppen und es ist zu hoffen, dass mit dem Wechsel zu Peter Altmaier im Umweltministerium nun auch eine zügige, bessere, investitionsfreundliche Situation geschaffen wird von der Regierung Merkel. Das ist ein guter Mann. Ja, also Bundesminister Röttgen ist jetzt nicht mehr Bundesminister, er ist einfacher Abgeordneter im Deutschen Bundestag weiterhin und er ist auch nicht mehr Landesvorsitzender der CDU von Nordrhein-Westfalen. Und ich habe für das Hinspiel die Wette zum Tipp des Ergebnisses, zum Relegationsspiel Hertha BSC, Düsseldorf in Berlin 1 zu 2 getippt, sogar das Torergebnis richtig, habe ein dickes Eis gewonnen. Und das Rückspiel gestern, das ja nun wirklich in Erinnerung bleiben wird, aufgrund des ganzen öffentlichen Unfugs im Stadion in Düsseldorf, habe ich 2 zu 2 getippt und wiederum ein Eis verdient. Und das heißt, ich werde demnächst pausbäckig und rund wie ein Abgeordneter der Piratenpartei die Treppen hochkeuchen. So, schönen Dank.